Hi Willkommen, mein Name ist DaniroiP und ich bin Metal Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Das wollte ich sagen. Aha, jetzt habe ich es halt mitgesagt. Okay, wir befinden uns hier immer noch in Welt 5 in Wolkenland, bzw. ich stehe hier noch oben, denn der gute DaniroiP ist beim letzten Mal tatsächlich Game Over gegangen. Ich bin irgendwo da unten. Du bist da ganz unten, du kleine Erdlinge. Ja, ihr wisst, keiner will ein Erdling sein. Wir machen da jetzt nicht weiter, wo der DaniroiP letztens gestorben ist. Und, oh mein Gott, hey, dieses Level ist so schwer. Vor allem, weil es auch so schnell geht. Kennen die das hier? Ihr spielt gerade solche schnellen Scoring Levels, dass ihr nicht mehr hinterherkommt. Ich finde, da habe ich mal die Schnelligkeit irgendwie schwer. Ich bin einfach so blöd, dass die Dinger sich so bewegen. Ich kann immer gegen die Decke von irgend so einem Teil. Das ist mir auch mal, das ist mir auch sehr oft passiert. Beziehungsweise auch... Ah Mann, die Sache mit den Flammen und hier. Ah. Okay, ich habe es auch nicht geschafft. Oh Gott, guck mal da, er muss sogar das erste Level nochmal machen. Oder auch nicht. Äh, doch, wir müssen, doch, du musst es machen. Wieso? Damit wir alle, damit alle Level abgehakt sind. Die haben wir doch schon gesehen. Ich kann ja gleich auch nochmal runtergehen und das Level eben selber machen. Wieso müssen wir hierhin abhacken, verstehe ich nicht? Ja, damit es doch, wie hieß denn, so ausjetzt werden wir 100% gemacht. Das merken die doch nie. Ja, sei dir da nicht so sicher, die Zuschauer sind. Clever. Das ist ja ein Lachschlager, das kann ich ja auch eben machen. Hängt es auch wieder teilnehmen. Ja, jetzt müsste ich wieder so ein Tanuki-Ding bekommen, ne? Ja. Ich glaube, in dem Todhaus bekommt man auch, äh... Ich habe sogar ein ganzes Maler Dings verloren, meine Tanuki-Sachen. Ja, super. Oh, ich habe alles sogar noch, okay. Sehr schön. Das ist ja cool. Also, das wusste ich übrigens nicht, dass man, äh, nicht alles verliert, aber dafür sind aber auch deine Fortschritte ja alle weg. Und, äh, jetzt kommt es wieder, der Turm. Ja, den werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen öfter sehen. So. Nein, Mann. Warum so schnell, Mann? Na? Geh rein. Wollte ich ja nicht unter Druck setzen, aber mach die eine verdammt nochmal zu Ende und am Schloss. Ja, ich gehe gleich erstmal nochmal den Turm runter. Ich gehe erstmal nochmal den Turm runter, damit ich das erste Level nochmal machen kann. Ja, dann mache ich das gleich. Okay, dann mache ich hier oben erstmal weiter, weil, ähm, das muss man auch unbedingt jetzt mal schaffen, ey. Aber ich will jetzt nicht unbedingt den P-Flügel dafür verwenden, das mache ich garantiert nicht. Auch wenn ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ich glaube, ich habe zwei, ähm, ich meine, dass ich zwei eher habe. Da geht es aber auch nach Feuerdingen gegen den Typen. Ich meine, ja. Ich meine, die Flammenhunde kannst du damit besiegen. Hoffentlich. Ja, selbst wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall, das ist mal eine höhere Überlebenschance. Da kommt dann nämlich. Haha, ich habe ihn mit Feuer. Er hat einfach nur nicht runterfallen. Ja, jetzt einfach nur nicht runterfallen, sagst du so leicht. Oh Gott. Gott! Das passiert, wenn ein Flammenhund direkt unter dir ist und dich erstmal mit Feuer angreift. So, ich gehe mal vorbereitet hier rein. Genau. Wäre besser. Die Level habe ich, glaube ich, doch auch geschafft. Ja, den Level hast du geschafft. Da bin ich doch so ungünstig gestorben durch ein Kettenhund. Au. Okay, dann gehe ich jetzt hier durch. So. Alles wie geplant. Ich weiß nicht. War das wirklich so geplant? Geht nicht. Ne. Doch, die kannst du besiegen. Bin ich echt so beschissen, sie zu treffen? Ich glaube, ja. Okay, den hast du jetzt gerade im First Strike gekriegt. Und den auch. Sehr gut. Aber trotzdem den ersten, ey. Das rennt einfach dummig. Warum habe ich einen Pilz bekommen? Was weiß ich. So, er hat es geschafft. Sehr gut. Ich nehme mich nur zum Turm wieder. Ja, jetzt müssen wir wieder zum Turm. Und ich hänge hier immer noch hier oben rum. Deswegen nutze ich jetzt auch meine andere Feuerblume. Weil ich, wie gesagt, noch immer nicht den Pilflügel verwenden will. Das Schloss muss ja danach noch nicht so schwer sein, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weil das ist schon eine Weile her, als ich zuletzt gespielt habe. Aber ich weiß noch immer, dass mich dieses Level hier richtig genervt hat. So, einer erledigt. Aber gleich kommt er wieder. Ja, gleich kommt noch ein Flammen und. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Hey, wir sind ja nicht dabei. So. So, das war's. Jawoll. Eigentlich, ey. Das hat mich jetzt echt genervt, ey. Du kriegst einen Stern, ich kriege nur Pilz. Weil ich einfach awesome bin. Was passiert eigentlich, wenn ich drei Pilze bekomme? Dann kriegst du zwei Leben. Ja, super. Bei drei Blumen drei Leben und bei drei Sternen fünf Leben. Okay, dann ab zum Turm mit dir. Ah, mein Lieblingsort. Warum gibt's da nicht nur, ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Weil den Turm runter zu gehen, ist viel leichter, als den Turm rauf zu gehen. Ah. Ja, da ist ja noch ein Power-Up. Da kriegst du erst der Power-Up und dann verlierst du es wieder. Hallo. Geronimo. Verdammt. Ich dachte... Wir sind hier nicht bei Geronimo. Oder etwa da auch? Ja, da sieht auch aus wie ein Indianer. Falls einer war, ich glaube, da war ein Indianer. Ein bisschen Indianer Luigi. Ja, klar. So. Das ist kein Problem. Jetzt kommt wieder... Ja, jetzt kommt wieder für dich der beschissene Teil. Ja, genau. Der Cooper auf Doom. Wenn er jetzt noch mal von ihm getroffen wird, dann fange ich echt an. Um mich wirklich zu fragen, schafft er den Turm überhaupt noch mal? Ja, hi, na? Ja, geschafft. Ups. Ah, Mann. Bitch, jetzt schaffe ich das Schloss. Hey, Luigi. Hi, Minispieler. Habe ich extra für dich übrig gelassen. Ja, Dankeschön. Obwohl ich sowieso eine Idee kriege. Oh, das sieht gut aus. Aber... Nein, das gibt es doch nicht. Kann doch nicht sein. Das wäre so schön, Mann. Ja, das wäre so schön, Mann. Und warum bist du so klein? Ja, gleiche Bild. Nein. Ein Stilzle. Das macht doch noch nicht mal Sinn. So, okay. Reinhard. Ich scouch schon mal voraus. Okay. Oh, mein Gott, ist das ein Vogel? Vogel. Oh, mein Gott. Vielleicht ist es eine Taube. Oh, mein Gott, der hat sich verwandelt. Ich muss den Stab holen. Okay. Okay, komm. Versuch dein Glück. So, was haben wir denn hier alles? Ah, jetzt haben wir Feuer und Kanonen. Geil. So, danke. Danke. Ja, das Luftschiff ist, glaube ich, auch ein bisschen nervig. Ich glaube, hier hat man fast alles unter das Herz begehrt. Feuer, Kanonen und Bullet Bills. Oh, jetzt muss ich auf diese Gulli-Typen mal aufpassen. Meinst du auf die Rocky-Schraubschlüssel? Ja. Ja, die sind übrigens auch in diesem Spiel neu dazugekommen. Okay. Neu. Und vielleicht weiß dir ja jemand, dass sie einen Mario gehabt haben, der auch dabei war. Ah, ah. Ah, ah. Oh, mein Gott, er ist im Kreuzfeuer. Okay, keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ja. Na dann, zeig uns dein Können. Komm schon. Komm schon. Irgendwas. Bei dem soll man mein Leben gehen, solltest du aufpassen. Der kann auf die Erde zittern. So wie ein großer Hammer, Bruder. Oh, wir müssen ja nicht nix machen. Ey, ich habe keine Ahnung. Los, tu es. Es ist Roy. Komm, mach Roy fertig. Komm her. So, spring. Und nochmal. Ja, du hast Roy besiegt. Ja, mein erstes Schloss. Meine erste Festung. Ne, Quatsch, auch falsch. Mein erstes Luftschiff. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Du hast Roy Cooper besiegt. Der Cooper, der denkt, dass er so cool ist, nur weil er eine Sonnenbrille trägt. Na klar, Sonnenbrille sind auch cool. Ja, deswegen trägt mein Mie auch eine Sonnenbrille, weil ich so cool bin. Okay. Mein Gott. Und ich bin ein alter Kreis. Ich bin mein altes Selbstschiff. Schau wieder. Ja. So sieht er auch aus. Genau. Okay, diese Welt auch geschafft. Gott sei Dank. So, jetzt kommt meine Lieblingswelt. Okay. Das Eisland. Ja, und ich bin wieder dran, okay? Mhm. Warte mal, alles. Und ich kann dazu sagen, dass diese Welt auch die größte Welt ist. Okay. Oh nein, wir rutschen. Ja, hier ist es extrem rutschig. Und auch diese Piranha-Pflanzen sind echt üble Gesellen. Genauso wie diese hier. Wie Clip and Fire. Wat? Wat? Oh. Oh ja, aber was ich ja im letzten Part ja noch gesagt habe. Ich wollte euch hier mal zeigen, wie die Musikbox funktioniert, was sie kann. Ah, ups, falscher Knopf. Entschuldigung. Zeig ich es euch gleich. Die Öl werden wir ja auch schaffen. Muss ja nicht überspringen. Ja, ich wollte nur den Zuschauer mal zeigen. Ja, was war. Clip, clip. Nein, warum? Ich bin, ich bin sowieso viel überrascht der Mario, weil, ich kann es auch so besiegen. Auch alles viel besser. Und schon wieder fünf Leben ein. Also um die 25, 26 Leben. Ja. Okay, damit habe ich das erste Mal geschafft. Und ich mache das erste Bonus-Game. Aber ja, aber bitte, wenn ich gegen den Hammerbruder kämpfen. Ich will nur jetzt mal zeigen, dass die Musikbox so kann. Ja, ja, sehr schön. Oh, ich danke allen meinen Fans. Ja, endlich mal. Alles klar, aber wir haben ja noch nichts. Ich könnte ein paar Sachen einsetzen, zum Beispiel, dass der war. Ich weiß nicht, wie die Level aussieht. Deswegen. Ja, deswegen. Ja, weil es ein Scrolling-Level ist. Aber ich glaube, das Level ist nicht wirklich schwierig. Oh, das war's für dich. Nein, nein, ah. Daher ist es ein Quetschmord. Und ich habe sogar auch... Ja, rechts war meine Hand. Ja, rechts war seine Hand. Bei mir stand Stahl jetzt bei Start. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich zeige euch jetzt mal die Musikbox. Pass auf. Klar, okay. Die haben auch... Und hört ihr auch den Sound dahinter? Kleines Easter Egg aus Super Mario Bros, nicht wahr? Okay. Wie gesagt, die Gegner schlafen jetzt für eine Weile. Und tun euch dann nichts. Jetzt kann ich natürlich entscheiden, ob ich jetzt glaube, wie ich mache. Ich mache mal... Ja, komm. Die will der Reihenlach durch machen. Ich mache jetzt zwei Müll. Jetzt muss ich natürlich den Einsprung schaffen, ne? Wenn ich so verkracht habe. Ja. Genau den. Oder so. Ich mache so einfach. Ich muss alle Blöcke aufmachen. Okay. Äh, hier. Jetzt gehe ich hoch. Da ist was. Da ist tatsächlich was. Geld, 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 Geld. Ja, ich glaube, da oben ist Gott. Ja. Ja. Eigentlich sieht die Level ja nicht so lange. Die Level sind... Sind auch nicht sehr lange. Warum ist es dann so schwierig, Mann? Ich habe keine Ahnung. Da siehste. Da ich glaube, dass die Wirkung, glaube ich, für... Für... Der Musikbox, glaube ich, nur für ein paar... Ein paar Level gilt. Also es gilt auch nicht ewig. Toll, wo war ja eine Blume. Ja, jetzt zum Beispiel hat die Wirkung aufgehört, nachgelassen. Ja, und in diesem Tothaus kriegt man sogar den letzten Anzug. Okay. Ernst. Ja, doch nicht. Doch nicht? Absolut nicht. Ich meine, dass man in dem Haus den Hammerbruderanzug bekommt. Aber naja, was sonst ginge, außerdem nur aus der 3. Nokia-Anzüge, ich würde mal einen benutzen. Irgendwann... Ich habe euch einen Hammerbruder auch machen können. Na, du machst es Level 3 und stimmt. Okay, wie spricht man von diesen Kaptingern hoch ab? Ich verstehe halt nicht. Ah, ja, mache ich doch. Stahl. Ja, sonst auch, ja, dann schon wieder ein Feierpunkt von Passat. Ja, ich habe nicht gemacht, den Hammerbruder eben. Oh, den Hammer. Den Hammerbruder, ich finde ja. Kannst du da überhaupt kaputt machen? Ja, da oben rechts, ne? Ja, die oberen Röhre. Oh Mann. So. Also, ja, wenn du springst und dann immer so... Ja, so springst du hoch. Irgendwie nicht so, wie ich dann will. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt einfach noch rennt können. Ja. Ich glaube, die sind eben noch drin. Da müssen wir doch nicht. Warum ist der da? Nein, sehr gut, Frage. Ne. Da oben ist nix. Er muss ja hier alles besuchen, weil er hat ja die ersten beiden Devler angespielt. Das heißt, er war, glaube ich, aber auch noch nie in den anderen Welten. Ne. So, aber endlich mal. So, ich brauche einen Pils. Verdammt. Der Blume. Irgendwie eine Suche ist das Schicksal nicht so gut mit dir gemeint. Hm? Nur. Deswegen verliere ich die ganze Zeit. Der Schicksal ist nicht gut mit dir meint. Na, okay. Keiner hat irgendwie gestoppt. Ne, es waren noch andere Brüder. Okay. So, so machen wir da jeden Weg frei. Okay, komm, jetzt muss ich schon wieder eine Festung machen, das gibt es doch nicht, ey. Ja, klar. Ich glaube, die Rollenverteilung wäre klar. Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen. Nein. Lalalalalalalala. Die kommen nicht runter, okay. Doch, die Kerze kommen runter, das weiß ich. Oh mein Gott. einfach durch rennen auch eins am rufen war dort wieder mal und schon wieder dein master warum ist er schon wieder hier kann ich mal wieder den niederlp kommen glaube das denkt er gerade ja klar ich dachte das war ja zu gerne aber um zu treffen kommt so neu mal hier natürlich daran weil ich auch zum bin die röhre noch hin ich will weiter nach vorne ich glaube ich bin auch da oben hin noch mal doch noch zwei leben langsam wird es mit dem ja da oben rechts darum kann man glaube ich auch noch abkürzen aber da müssen wir doch müssen wir noch eine berückschaffen mann nehmen wir immer aber vergiss nicht daran dass dass die statuen nicht ewig hält naja aber dafür machte ich die statu kurz um unbesiegbar das war das wäre jetzt um ein haar schief gegangen wieder beinahe mein fang ist gewesen ja famous ich soll sagen mal ein bisschen ich muss es nicht überspringen nein die schon wieder hat nie mehr gesehen gucken wir da hier und selbst läuft und das wird mein freundes glaube ich hey fans jetzt griechen pissen dankbar danke egal wieder ein immerhin ja ja ich nur ich gerne umgehen ja sonst musst du ja die ganzen sachen die ich gemacht habe machen ja aber in diesem moment ich mal das alte mal aus dem tothaus ich glaube da gibt es nämlich den haben wir dann so nicht wirklich haben wenn das wirklich okay ist so sie haben gesehen diese käfer dort können nämlich genauso wie wir diese blöcke hier herum nehmen werfen die buster hat ja das ist das hier sind dieses leben hier das ist ein glücklich ich habe merken dies level weil nämlich man braucht hier so sogar ein waschspeerblatt damit man das werden abschließen kann leben Du sitzt jetzt hier irgendwo, ich glaub ich war hier... Ne, hier war's nämlich nicht. Ach halt, Moment. Wo brauche ich hier noch den Krupa? Den baue ich ja auch noch dafür. Das haben wir schon getötet oder so? Ja, so ein Mist. So ein Mist. Aber, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt ist es ein Problem. Nein, nicht ganz. So, hier kann man nämlich immer wieder Proops fahren und dann wird hier alles wieder insettet und dann bist du wieder hier. Ja, okay, dann ist das dann nicht so unmöglich. Aber das ist echt merkwürdig. Na, also. Ah, da bin ich hier. Ja. Was, ich lass den eben raus, dann können wir nämlich hier wieder. Sehr schön. Weil das ist nämlich der Ausgang. Wie fies. Ja. Wir sind tricky, ne? Aber da hat schon wieder geschätzt. Was ist neu los? Ich hab keine Ahnung. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Wir haben noch acht Minuten. Acht Minuten? Ja. So, währenddessen. Ich, dem willst du nehmen, hast du gesagt? Ja, dem möchte ich nehmen. Nein, das möchte ich haben. Ich hab nur gesagt, dass sie blieb haben. So, ich dachte, meinst du Dings? Und ich muss schon wieder einen Schnitt machen. So, ich. So, da sind wir wieder. Und ja, wir haben hier ein kleines Missverständnis anscheinend. Ja. Ich dachte, meinst du den Hammerbruder? Ja. Ich... Ich... Ich hab... Ich hab doch gesagt, ich will das Hammerbruder Kostüm haben, aber... Nimm... Okay, nimm's jetzt einfach. Keine Hand. Ah. Ah, okay. Das ist wirklich schlecht. Ich muss ihn nicht schlecht fühlen. So, jetzt muss ich hier gegen einen von denen. Oh, dann kannst du auch wieder wie sechs machen. Oh, klar, ja. Na, geht sehr gut. Gibt's noch irgendwo einen Hammerbruder? Äh, einen Hammerbruder Anzug? Ich glaub schon. Ich... Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Oh, guck mal da. Ah! Äh... Will ich hier hin? Naja, wirklich nicht. Ah. Ich weiß nicht wie, ob du eine Feuerblume haben möchtest. Ich glaub nicht, dass du eine Feuerblume gegen Tanuki eintauschen willst. Was? Ah. Mhm. The only way to defeat Fishes is to... Burn it. So. Plötzlich leckt mich. Was ist denn das? Ah, shit. Ah, shit. Pfff. Ich sag's dir. Irgendwann wird man ein Best of zu dir machen. Best of deine Ausraster. Ausraster? Meine Fails? Ja, best of deine Fails. Ich glaube, von mir kann man das schon machen. Ich sag nur Welt 3. Ah. Ah. So angepisster Luigi. Und jetzt trifft mich hier die eine Flamme wahrscheinlich noch. Eine Flamme. Mah? Nicht die Flamme. Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch. Und jetzt. Der Fisch. Ich sag von den Hamadigen. Der Fisch. Nee. Der Fisch. Die Wolke. Ich wünsche dir einfach, dass ich game over, die dann spawnt ab dem ja wielad. ich weiß. und dann vorhin da tut er sich schon ich weiß dass ich mich schon freuen aber ich sondern sonst den nutzen weil der hammer oder anzug ist nicht gut aber später irgendwann später vielleicht irgendwann später vielleicht irgendwann später ich hätte gern ab warum zum teufel ich habe die zeit jetzt nicht mehr so kann er sich so einschätzen wir haben noch zu zweitagigen ja jetzt ja ja story of my life story of the fish ja knapp wolltest du dahin eine wollte ich nicht hin aber es war doch gar ein paar movement naja war so was von einsam und das muss man erst mal nachmachen schön hier gerade wie ein weltmeister hier durch und dafür ist man ja immer näher ich habe glaube ich und so was wir sein dadurch kommen das sind ganz normaler von den typen ja ich würde mal sagen durch meinen fehl war es das ist auch erst mal von diesem part wir hoffen mal dass wir euch im nächsten begrüßen können mein name ist metal mario master und ich bin dann die wir sagen nur bis dann total